Hi, mein Name ist Lars Krieger, ich bin Coach und Mentor für Weiterentwicklung und Transformation. Meine Berufung ist es, Menschen wie dich dabei zu unterstützen, zu erneuerter Stärke und Bedeutung zu finden. Denn das höchste Problem heutzutage, der größte Wunsch vieler Menschen besteht gerade mal darin, sich einer wachsenden Gesellschaft anzupassen. Die meisten meinen damit auch noch intelligent zu handeln. Was tatsächlich passiert ist, wir erschaffen nichts Neues, wir drehen uns im Kreis. Mehr Bürokratie in unseren Institutionen statt gesunder Menschenverstand. Gesundheitssysteme, die mehr an Verkauf interessiert sind als an tatsächlicher Heilung. Und selbst die Stärke, die wir haben, Mensch zu sein, wird heutzutage eingetauscht für blinde Ideale. Ich kenne das. Mir wurde damals gesagt, dass ich aufgrund meiner Krankheiten, Neurodermitis, Asthma, Allergien, nie die Chancen haben werde wie andere Jungen und dass ich mich damit abfinden sollte. Doch niemand hat das Recht, so etwas zu bestimmen. Also beschloss ich, nach dem wirklichen Sinn im Leben zu suchen und mich weiterzuentwickeln. Und so wurde ich mein eigener Coach. Ich gab mich dabei den verschiedensten Praktiken hin, lernte von den unterschiedlichsten Lehrern, vom Mythos meiner Heimat, dem Teutoburger Wald, quer durch Deutschland bis hin nach Tschechien. Ich gab dabei fast alles auf, nur um noch mehr zu lernen und noch tiefer zu kommen. Und plötzlich passierte es. Eine grundlegende Veränderung in meinem Leben fand statt. Jene, die so häufig schon in den Herzen der Menschen erwähnt wird. Plötzlich bemerkte ich, dass meine Ängste anfingen, mir zur Freiheit zu verhelfen. Meine Unsicherheiten, die ich hatte, lehrten mich darin, jeden Moment noch tiefer zu genießen. Und meine Zweifel halfen mir dabei, noch tiefer zu suchen. Die Krankheiten, die ich hatte, Neurodermitis, Asthma, Allergien, verschwanden fast vollständig. Aber noch wichtiger, die Vorstellung, wer ich zu sein glaubte und was ich wirklich vom Leben zu erwarten hatte, verschwanden komplett. Heute weiß ich, egal welches Päckchen wir auch tragen müssen, jeder Mensch ist dazu in der Lage. Manchmal brauchen wir nur einfach jemanden, der diesen Weg schon gegangen ist, einfach um uns einer höheren Realität bewusst zu werden. Deshalb erzähle ich diese Geschichte. Um mehr Menschen wie dich dabei zu unterstützen, in ihrem Leben einen tatsächlichen Unterschied zu machen. Ich kenne diesen Weg, denn ich gehe ihn bis heute. Aus diesem Grund bleibt mein Wissen zu 100% selbst angewandt. Meine Erkenntnisse stammen zu 100% aus der täglichen Praxis zur Selbstrealisierung. Und die Erfahrungen auf meinen Reisen sind in erster Linie vollkommen selbst kreiert. Allein hier in diesem Kanal findest du wöchentliche Themenvideos, kostenlose Werkzeuge und tiefgreifende Coaching-Prozesse für deinen Erfolg. Wenn ich also etwas in dir geweckt habe und du wirklich einen Unterschied machen möchtest, dann nimm dieses Video zum Anlass, gehe auf lastkrieger.com, trag dich dort vollkommen kostenfrei für ein Erstgespräch mit mir ein und lass uns gemeinsam schauen, ob ich dir nicht auf deiner Reise helfen kann. Ich sehe dich dort, viel Erfolg!